Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um einen Podcast für Legenden Z bis A. Ganz wichtig ist, dass es natürlich jetzt kein Bildmaterial ist, weil es ja ein Podcast ist. Das heißt, ihr könnt das Handy oder die Kopfhörer einfach aufziehen und einfach nur zuhören und auch sehr gerne eure Meinung zu diesen ganzen Themen in die Kommentare schreiben. Im Endeffekt geht es so ein bisschen darum, was so mein Gedankengang für Legenden Z bis A ist und wie gesagt, ihr schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Ja, fangen wir erstmal an. Welche Zeitlinie es Endeffekt spielen würde, wäre mir gar nicht so wichtig. Ich glaube im Endeffekt, auch wenn das Game in der Zukunft spielen würde, so wie in der Vergangenheit, könnte man sehr schöne Storylines draus machen. Also in der näheren Vergangenheit könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, was persönlich mein Favoritengedank natürlich wäre, da die Megaentwicklung wieder drin vorkommt, dass wir bei der ersten Megaentwicklung dabei sind. Weil man hat ja aus XY so ein bisschen erfahren, dass im Endeffekt die erste Megaentwicklung mit einem Lucario war, auch an dem Ort, wo man die Megaentwicklung zum ersten Mal in XY aktiviert, an diesem Ort auch die erste Megaentwicklung früher mal war. Und es wäre cool, wenn wir da dann dabei sind, ja. Das ist ja im Endeffekt der, Opa war das glaube ich von der Trainerin, von der Kampftrainerin. Und das wäre schon wie ganz cool, wenn man da so eine Storyline aufbauen würde, weil man würde sofort die Person erkennen, man würde den Ort wiedererkennen, man würde im Endeffekt, wiss ich mal, dieses ganze Szenario würde sehr cool passen. Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass man so die erste Megaentwicklung einbaut und wir im Endeffekt ein Teil davon sind, das Ganze dann weiter zu erforschen. Und dann könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass man das so eine Art Questreihe ausbaut. Weil wenn man dann weiß, es geht eine Megaentwicklung, dann müsste man ja auch rausfinden, welche Pokémon können denn Megaentwicklung. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn das der Startschuss wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht Questreihen, Nebenquestreihen vielleicht gibt, die man freischalten muss, wo man dann gewisse Megasteine bekommt, die man dann natürlich an Pokémon ja geben kann, um dann die Megaentwicklung freizuschalten. Das wäre auf jeden Fall auch ein, wenn man, man würde alle Megaentwicklungen reinbringen, die es aktuell gibt, plus vielleicht noch so 10 bis 12, 13 neue, wären das sehr viele Quests auf jeden Fall. Und man könnte gerade bei legendären, wie jetzt Mewtwo, das Ganze halt auch mit einer sehr, sehr, sagen wir mal vielleicht sogar großen Quest. Oder man macht das sogar über eine Art DLC-Content. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich da was überlegen könnte, aber das wäre halt gut. Ich sage mal so, Nebenquests für die Megaentwicklung könnte man auch machen, wenn das Game der Zukunft spielt. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man da so ein bisschen Content hat. Dadurch, dass die Megaentwicklungen zurückkommen, und wenn wir gerade bei dem Punkt sind, haben wir ja auch den Faktor, dass man ja im Endeffekt neue Megaentwicklungen bekommen könnte. Und zu den Legis komme ich gleich nochmal. Das wäre ein separater Punkt, den man ein bisschen durchgehen möchte. Ich würde mir natürlich ein paar Legis wünschen, ein paar Megaentwicklungen wünschen. Also ich finde, z.B. Dragoran hätte eine verdient. Da hätten sie ja ein Video zu gemacht. So ein blaues Dragoran würde ich sehr cool finden. Ein Kommentar war auch, was ich sehr interessant finde, ist, ob Axantor eine bekommt, weil mein Sichlor aus anderen Entwicklungen ist ja Xerox, und Xerox hat eine Megaentwicklung, und im Endeffekt ist ja Axantor die neue Weiterentwicklung von Sichlor. Ob es auch eine Megaentwicklung bekommt? Ein Mega-Axantor würde ich wirklich feiern. Die Frage ist, wie man das ausbaut. Weiß nicht, noch größere Äxte, eine riesige Axt? Das ist eine schwere Frage, aber so ein Mega-Axantor würde ich auch cool finden. LiBeltra könnte gut sein, weil es gibt ja so ein paar Seiten, die auch berichten, oder es soll anscheinend ja wirklich so sein, dass es mal Konzeptarts für LiBeltra in der Megaentwicklung gab, also dass es mal geplant war, aber nicht umgesetzt worden ist, was natürlich heißen könnte, dass man das Ganze wieder aufgreift und umsetzt. Das wäre natürlich eine sehr große Möglichkeit, dass wir in die Richtung gehen. Wenn man Merch-mäßig denkt, weil man muss überlegen, die meisten neuen Features haben dann auch immer automatisch einen Bezug auf Merch gehabt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel bei Dynamax, hatten wir dann Giga-Dynamax mit zum Beispiel Clurac, was sehr ausgeschlachtet worden ist, weil wer jetzt gerade im Kartenspiel unterwegs ist, und man muss sagen, Pokémon macht ja sehr viele Millionen, wahrscheinlich Milliarden mit dem Kartengeme, wurde Clurac da sehr groß ausgeschlachtet, und generell ist es so, glaube ich, das Lieblings-Pokémon. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht einen Mega-Clurac-Z bekommen könnten, weil wir haben ja im Endeffekt X und Y damals gehabt, da haben wir auch Mega-Clurac-XY, das einzigste mit Mewtwo zusammen, was eine X- und Y-Version bekommen hat. Und jetzt kommt ja Z bis A, und natürlich könnte jetzt eine Z-Mega-Entwicklung kommen. Ob der Mewtwo auch eine kriegt, weiß ich nicht. Aber bei Clurac könnte ich mir vorstellen, das wäre, wie gesagt, automatisch wieder Merch, neue Karten, ETC, figurenmäßig, überall. Das würde sich wahrscheinlich sehr gut verkaufen. Das ist eine Frage, ob es dann weitere Z-Formen gibt, schwer zu sagen, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das passieren könnte, allein aus der Begründung halt mit Merch, muss man halt mal sagen. Wie gesagt, sonst weitere Mega-Entwicklungen, die Starter. Die Frage ist, ob man es jetzt so macht, weil ja damals im Endeffekt bei X-Y die Starter keine Mega-Entwicklung bekommen haben, ob man jetzt mit den gleichen Startern startet, im Endeffekt, und die jetzt dann Mega-Entwicklungen bekommen, das wäre auf jeden Fall eine Option, dass man das bisschen, was man damals versäumt hat, jetzt nachholt, oder man geht halt auf drei neue Starter, die eine Mega-Entwicklung bekommen. Das ist natürlich so eine Sache, wie man es ausbaut. Aber ich finde, der wichtige Punkt ist da, würde es Sinn machen, neue Starter zu nehmen, wenn man Legenden Archeos treu bleibt als Beispiel, haben wir ja im Endeffekt Starter bekommen, die es schon mal gab, wie jetzt hier zum Beispiel Bautz, Feurigel, aber die haben ja dann eine Hisui-Entwicklung bekommen. Wir haben dann ja Hisui-Tonupto und auch Hisui-Admurai und Hisui-Silvaro bekommen. Wenn wir jetzt als Beispiel Kanimani als Starter bekommen würden und bekommen wir dann einen neuen Imperator, der dann Mega-Entwicklungen kann, aber kann der normale Imperator auch Mega-Entwicklungen? Ich weiß nicht, ob Starter zum Beispiel, wenn sie Legenden Archeos treu bleiben und die Starter bekommen eine regionale Endentwicklung, dann glaube ich nicht an eine Mega-Entwicklung, weil ich finde, das wäre irgendwie zu viel, oder? Regionale Entwicklung plus Mega-Entwicklung sehe ich nicht so ganz. Kann natürlich passieren, aber ich sehe es nicht. Ich glaube eher entweder regional, dass man sagt, man bekommt alternative Entwicklungen für die Starter oder man bekommt die Carlos-Starter, also Generation 6-Starter und kann diese dann mega entwickeln, was man damals nicht gemacht hat. Das wäre so eine Option, die ich mir für die Starter durch den Kopf gehen würde. Das wäre auf jeden Fall was. Bei den Legis, ja, jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die auch immer nur Kopf rumschwirren. Das Erste ist, natürlich wird mit den Legis sehr wahrscheinlich was passieren. Wenn wir überlegen, wie Generation 3 geremacked wurde, Omega Rubin, Alpha Saphir kamen die Mega-Entwicklung für Crowdon und Kyokre. Wie Generation 4 geremacked worden ist, mit Legenden Archeos und mit Strahlen an jemand leuchtende Perle, haben wir im Endeffekt bei Legenden Archeos Ur-Dialga, Ur-Palka bekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Generation neu aufgelegt worden ist oder halt neue oder Spiele in diesem Universum neu dazukamen, kam eine neue Form der Legis. So, jetzt haben wir halt X und Y und jetzt hätten wir Cernias und Iveltal und theoretisch Zürgade. Ich würde mir ja wünschen, wir bekommen Mega Iveltal, Mega Cernias und vielleicht eine neue Form für Zürgade, eine neue Endform. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre eine Art Fusion, weil das haben wir ja schon mit Kirum und Cekrom zum Beispiel oder halt auch mit Solgaleo und Necrosma, dass man sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, dass sich Iveltal mit Zürgade kombiniert oder Iveltal mit Cernias kombiniert. Das könnte man so machen, dass man im Laufe der Story sich einen der beiden Wege anschließen muss, was sogar durch das zweimal durchspielen Sinn machen würde, weil man würde dann beide Endformen, also beide bekommen, Cernias und Iveltal. Das könnte ich mir vorstellen, ich sag mal so, Mega-Entwicklung würde ich rein theoretisch, glaube ich, cooler von der Optik finden, aber ich hätte ein bisschen die Sorge, wenn beim nächsten Game wieder keine Mega-Entwicklung dabei ist, dann kann man diese Form nie wieder spielen. Wisst ihr, was ich meine? So Mega-Klurak ist ja cool, aber im Endeffekt konnten wir jetzt die letzten Games nie Mega-Klurak spielen. Schön, dass er existiert, aber er bringt mir halt nichts. Wenn wir jetzt hier Zürgade-Iveltal-Fusion bekommen würden und wir wieder ein Spiel haben, wo Iveltal und Zürgade drin vorkommen, dann kann man ja die weiter spielen. Koronospa geht ja jetzt zum Beispiel spielen der Fusion, hier Kirum kann man der Fusion spielen, die Krosma-Solga-Leo kann man jetzt spielen. Das heißt, man hätte langfristig mehr davon. Also würde ich für die Optik wahrscheinlich Mega-Iveltal nehmen, aber für den Spielwert wahrscheinlich eher eine Fusion aus den beiden. Das würde ich schon eigentlich ganz cool finden. Genauso wie wenn Zürgade unter gewissen Bedingungen eine neue Endform bekommen würde, wäre das vielleicht cool für die Storyline, dass am Ende rauskommt, oh, sogar da doch nochmal eine versteckte, ultimative, super-duper-Form. Aber wenn es am Ende so endet wie bei Ultra-Nekrosma, den man nie wieder spielen kann, weil Z-Attacken nicht mehr möglich sind und man eine Z-Attacke braucht, um den zu aktivieren, dann will ich es nicht haben, das ist was ich meine, weil es ist zwar schön, dass es dann in einem einzigen Spiel existiert, aber danach hat man nie wieder was davon. Deswegen würde ich eine Fusion eigentlich ganz cool finden, wenn man da was aufbaut. Ja, was gibt es noch, was man so ein bisschen durchgehen könnte? Wie gesagt, Storyline, ich weiß nicht. Wenn die Gerüchte stimmen, dass es nur in Lumina City spielt, könnte es cool sein. Ich meine, hey, eine Stadt kann auch sehr viel Story haben. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich meine, klar, das ist kein Vergleich, für Gottes Willen kein Vergleich. Aber wie, ich sage jetzt mal, Assassin's Creed Unity damals oder, keine Ahnung, und man könnte auch die GTA-Teile alle nehmen, ja. Gut, außer falle ich in neueren, aber Cyberpunk, EDC, es gibt so viele Spiele, die größtenteils in einer Stadt spielen und die trotzdem genug Content bieten. Also wenn sie sagen, sie würden sich ausschließlich auf Lumina City beziehen und vielleicht nur für gewisse Nebenquests oder Side-Stories außerhalb der Stadt aufhalten, könnte man trotzdem die Stadt so gestalten, dass sie einfach riesig ist. Man könnte Untergrundsachen hinzufügen, man könnte auf Gebäuden, in Gebäuden, man könnte Parks, wissen Sie was ich meine, verschiedene Distrikte. Man könnte auch, wenn es eine Stadt wäre, wahrscheinlich das so gestalten, dass man genug Vielfalt hat, um trotzdem genug Pokémon einzubauen und man auch genug Abwechslung haben kann. Natürlich, wenn man mehr als nur Lumina City einfügt, wäre es cool, aber ich könnte mir vorstellen, dass man wahrscheinlich so, ja, ich weiß nicht, ob es eine komplette Open World wird, aber vielleicht so in der Mitte den Kern hat und man hat dann verschiedene Bereiche der Karte, man kann vielleicht erst in das Distrikt, dann in das Distrikt, weißt du, ich meine, dass man alle so ein bisschen durchgeht und vielleicht hat man dann so Nebenquests, wie zum Beispiel die Mega-Entwicklung, dann außerhalb da, wo die halt stattgefunden hat. Sowas könnte ich mir ein bisschen vorstellen. Wenn am Ende es, wie bei Legenden Arceus ist, dass man auch außerhalb der Stadt auf Tour geht und einfach Lumina City nur als Stützpunkt zählt, wäre das auch okay. Ich denke, für mich ist es wichtig und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist es einfach wichtig, mir ist es egal, wie die Karte aussieht. Deswegen finde ich zum Beispiel Schwert und Schild teilweise schöner als Kamsin im Purpur, weil mir geht es nicht darum, dass ich jetzt unbedingt eine zwingende Open World brauche. Ich brauche nicht zwingend, ich will, dass es schön aussieht und ich will, dass es auch gut so stimmig ist. Wißt du, was ich meine? Wenn die eine Stadt darstellen, dann will ich auch eine Stadt haben. Dann müssen da Leute rumlaufen, man muss die Gebäude müssen, vielleicht ab und zu ein, zwei betretbar sein, klar, nicht alle, vielleicht ein paar Pokémon rumfliegen, die so ein bisschen die Optik auch für eine Belebtheit von Tieren in der Stadt bringen. Wenn sie ein Schneegebiet bringen, dann soll es auch ein bisschen nach Schnee ausschließen. Ich meine, wenn das gegeben ist, ist mir eigentlich egal, ob es eine Open World ist, ob es eine feste Route ist, ob es eine Story ist, wo man nur in eine Richtung laufen kann und dann passieren gescriptete Sachen wie eine Lawine oder ein Pokémon-Angriff. Das ist mir rein theoretisch eigentlich egal, bin ich ganz ehrlich, weil es gibt in jedem Beispiel gute Spiele und in jedem Beispiel schlechte Spiele. Und mir geht es darum, dass es halt einfach eine schöne Storyline hat. Ich fand, Legenden Archeos war eigentlich ganz gut aufgebaut, außer das mit dem Pokédex-Film, das war ein bisschen too much. Aber sonst, wie gesagt, wenn Legenden Archeos eine einigermaßen gute Storyline hat, die mir gut verkauft wird und das Ganze außenrum stimmig ist und gut aussieht, bin ich damit vollkommen zufrieden. Man muss natürlich abwarten und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Frage, ist, wie wird es performance-mäßig auf der alten, also auf der aktuellen Switch, falls, weil so wie es ja aussieht, soll ja die neue Switch, also der Nachfolger, also die Switch 2, Anfang nächsten Jahres kommen, da wo ja auch dein Legenden Z bis A erscheint. Und natürlich wird es dann wahrscheinlich ja auch für beide kommen, für die Switch 1 und für die Switch 2. Und die Frage ist halt, wie ist da der technische Unterschied? Breath of the Wild damals, wie es ja für die Wii U noch rauskam und für die Switch war es auf der Wii U schon ein starkes Downgrade. Und da bin ich halt mal gespannt, wie krass das auf der neuen Switch läuft und welchen ist es zur alten Switch oder wo es da Unterschiede gibt, ob dann vielleicht gewisse Effekte nicht da sind, vielleicht optische Sachen deaktiviert sind, wie gesagt, vielleicht Spiegelung im Wasser, so einen ganzen Kram. Das muss man halt mal abwarten, wie es halt technisch umgesetzt wird. Aber ich denke, dass es für beide Editionen, für beide Switchs erscheinen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schon trennen. Könnte natürlich möglich sein, aber ich glaube, es wurde bestätigt, dass es auch für die alten Switch kommt. Daher denke ich mal, es wird für beide Plattformen kommen. Ja, was auch noch eine Frage ist, wie ist PvP-mäßig? Legenden, Arceus hatte ja kein PvP. Im Endeffekt, wenn es jetzt ein bisschen in der neueren Zeit spielt und in der Stadt spielt, könnte es schon PvP beinhalten. Auch Story-mäßig könnte man das vielleicht einbauen, weil bei Hisui war das ja ganz oldschool. Da war ja noch keine Arenas, da gab es noch keine richtigen. Die Trainer waren ja auch noch nicht so richtig Trainer. Das war ja so richtig alt von der Geschichte her. Wenn Lumina City ein bisschen weiter in der Zukunft spielt oder aminsten in der aktuellen unmittelbaren Gegenwart, plus, minus 100, 200 Jahre, dann gab es ja wahrscheinlich schon Trainer und sowas. Und ich könnte mir das PvP-System von Legenden, Arceus, wenn sie das ähnlich weiterführen, auch cool vorstellen. Also das Kampfsystem, nicht das PvP, das Kampfsystem von Legenden, Arceus, wenn sie das in Legenden, Z bis A einbauen, mit den Krafttechnik und Tempotechnik, das könnte eigentlich ganz cool sein, weil man da nicht nur den Faktor hat, wie viel Initiative hat mein Mon, was spielt der Gegner, sondern da kommt es ja auch darauf an, welche Technik man wählt, ob man zweimal angreifen darf, ob man nur einmal angreifen darf, ob man wirklich einen kräftigen Schlagmann. Ich glaube, dass das so ein bisschen eine andere Art von PvP werden könnte, was auch mal interessant sein könnte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, ich hätte irgendwie schon gerne, doch mittlerweile muss ich sagen, macht mir PvP schon Bock und ich würde es gerne in Legenden Z bis A auf jeden Fall auch gerne sehen. Also schreibt mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Was denkt ihr so? Wie seht ihr so die Sachen, wie ich die jetzt betrachtet habe? Seht ihr das vielleicht ganz anders? Würde mich mal interessieren. Schreibt mal eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.